In meinem letzten Video habe ich Jesajahu 53 Vers für Vers erklärt, nach der Auslegung der jüdischen Kommentatoren. Dieses Video ist größtenteils mit guter Kritik aufgenommen worden. In diesem Video will ich erklären, warum Jesus nicht der Messias der Juden sein kann und somit auch nicht der Messias der Bibel. Ich werde erklären, wo der wesentliche Unterschied zwischen Christentum und Judentum liegt. Ich werde zeigen, dass Jesus die Prophezeiung in Jesaja 53 nicht erfüllt hat. Und dann werde ich die jüdische Interpretation gegen christliche Einsprüche verteidigen, dass der Gottesdiener in Jesaja 53 das Volk Israel sei. Erster Teil, die messianische Zeit und der Messias. Schauen wir uns an, was der Schöpfer des Weltalls durch seine Propheten uns mitteilt über die messianische Zeit. Über die Zeit am Ende der Tage. Die folgenden Prophezeiungen basieren nicht auf einen oder zwei Verse. Es sind große Themenbereiche, die immer wieder und wieder von den Propheten wiederholt werden. Ich benutze jetzt hier die Übersetzung von Bubau und Rosenzweig. Sie ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber auch sehr schön. Denn wohl an Tage kommen ist sein Erlauten. Da lasse ich wiederkehren meinem Volk Israel und Jehuda, hat er gesprochen. Lasse heimkehren sie zu dem Land, das ich ihren Vätern gegeben habe. Sie sollen es ererben. Der Ewige spricht hier über eine veränderte Zukunft. Alle Juden werden nach Israel zurückkehren, samt den verlorenen Stämmen. Jeschajahu, zweites Kapitel, Vers 2 bis 3. Wiederaufbau des Tempels. Geschehen wird's in der am Ende der Tage. Fest gegründet ist der Berg seines Hauses zu Häupten der Berge. Über die Hügel erhaben, strömen werden zu ihm die Welten, Stämme, alle. Hingehen Völker in Mengen, sie werden sprechen. Lasst uns gehen, aufsteigen zu seinem Berg, zum Haus von Jakobs Gott, dass er uns weise in seinen Wegen, dass auf seinen Pfaden wir gehen. Denn die Tora fährt von Zion aus und von Jerusalem seine Rede. Diese Prophezeiung bezieht sich auf die Zukunft. Der Tempel wird in Jerusalem wieder aufgebaut und alle Völker werden dorthin gehen, um die Weisung Gottes zu vernehmen. Jecheskiel, Kapitel 11, Vers 19 bis 20. Einhaltung der Tora. Ich gebe ihnen ein einiges Herz, einen neuen Geist gebe ich in ihre Brust, ich. Das Steinhaerz räume ich aus ihrem Fleisch. Ich gebe ihnen ein Fleischherz, damit sie in meinen Satzungen gehen, meine Rechtsgeheiß waren, sie tun. Sie sollen mir werden zum Volk, und ich, ich werde ihnen zum Gott. Diese Prophezeiung handelt von der zukünftigen Zeit. Alle Juden kehren nach Israel zurück und werden die 613 Mitzvot einhalten. Zechariah 14, Vers 9 Weltumfassende Erkenntnis über Gott Er wird werden zum König über alles Erdland. An jedem Tag wird er der Einzige sein und sein Name der Einzige. Diese Prophezeiung bezieht sich auf die Zukunft. Der Ewige wird von allen Menschen erkannt werden, sogar von den Atheisten. Micha 4, Vers 3-4 Der Weltfriede Richten wird er dann zwischen der Völkermenge, Ausgleichen unter den mächtigen Stämmen bis in die Ferne hin. Ihre Schwerter schmieden sie zu Karsten um, ihre Speere zu Winzer hippen. Nicht heben sie mehr Stamm gegen Stamm das Schwert, nicht lernen sie Förde den Krieg, sondern sie sitzen, jeder Mann unter seinem Rebstock, unter seinem Feigenbaum und keiner scheucht auf, denn sein des umscharten Mund hat geredet. Diese Prophezeiung bezieht sich auf die Zukunft. Keine Kriege werden mehr stattfinden. Der Weltfrieden wird herrschen. Diese fünf Themenkomplexe über die zukünftige Zeit der Erlösung werden von den Propheten in der Bibel immer wieder hervorgehoben. Wann werden diese Prophezeiungen erfüllt werden? Die Propheten sagen darüber nichts. Es ist eine utopische Zukunft in der messianischen Zeit. Moment, diese Prophezeiungen werden zur Zeit des Messias erfüllt werden? Und woher weiß ich das? Dann fährt ein Reis auf aus dem Baumstumpf Jeschais. Ein Schößling aus seinen Wurzeln fruchtet, auf dem ruht sein Geisthauch. Geist der Weisheit und der Unterscheidung. Geist des Rats und der Heldenkraft. Geist seiner Erkenntnis und Fürchtigkeit. Mit seiner Fürchtigkeit begeistert er ihn. Nicht nach der Sicht seiner Augen wird er richten, Nicht nach Gehör seiner Ohren ausgleichen. Er richtet mit Wahrspruch die Armen, Er schafft Ausgleich mit Gratheit den Gebeugten der Erde. Er schlägt die Erde mit dem Stab seines Mundes, Mit dem Hauch seiner Lippen tötet er den Fräfler. Wahrspruch wird der Gurt seine Hüften sein, Treue der Gurt seiner Lenden. Dann gastet der Wolf beim Lamm, Der Padel lagert beim Böcklein. Kalb und Jungläu mästen sich vereint, Ein kleiner Knabe treibt sie ein Heer. Kuh und Bären sind Weidegenossen, Ihre Jungen lagern mitsamt, Der Löwe frisst Stroh wie ein Rind. Der Säugling erlustigt sich an der Höhle der Wieper, Nach dem Lichtloch der Kreuzotter patscht mit seiner Hand ein Entwöhntes. Nicht übt man mehr Böses, Nicht wirkt man Verderb auf all dem Berg meines Heiligtums, Denn die Erde ist voll seiner Erkenntnis, Wie Wasser, die das Meerbett bedeckt. Geschehen wird's an jedem Tag, Der Wurzelspross Jishais, Der als Banner der Völker steht, Die Weltstämme suchen ihn auf, Seine Ruhestadt ist ein Ehrenschein. Geschehen wird's an jedem Tag, Herantut mein Herr zum zweiten Mal seine Hand, Den Rest seines Volkes zu erwerben, Was noch restet. Von Assyrien her, Von Ägypten, Von Patros, Von Äthiopien, Von Elam, Von Shinar, Von Hamad, Von den Meeresküsten. Der Messias wird aus dem Stamm von Jeschai, Davids Vater, kommen. Unter seiner Herrschaft wird es keinen Krieg geben. Alle Juden werden in Israel versammelt. Der Tempel wird wieder aufgebaut. Alle Völker pilgern nach Jerusalem. Die Welt wird voller Gottes Erkenntnis sein. Jeschaiahu vereint hier alle fünf Themenkomplexe der Endzeit und verbindet sie mit dem Kommen des Messias. Wiederum ist es nicht die einzige Stelle, Es gibt noch mehr, Noch viel mehr. Jirmiahu 23, Vers 5-6 Siehe, Tage kommen ist des ewigen Spruch, Da will ich David erstehen lassen, Einen gerechten Spross. Der wird als König herrschen und weise handeln Und Recht und Gerechtigkeit üben im Land. In seinen Tagen wird Jehuda Hilfe werden Und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies ist der Name, mit dem man ihn nennen wird. Der ewige ist unsere Gerechtigkeit. Der Nachfahre Davids wird als König über die Juden herrschen. Juden werden in Israel leben Und es wird keinen Krieg geben. Jeheiskil 37, Vers 24-28 Und mein Knecht David soll König sein über sie, Und ein Hirt sei für sie alle. Und sie sollen in meinen Rechtsvorschriften wandeln Und meine Satzungen wahren und sie üben. Und sie werden in dem Land wohnen, Das ich meinem Knecht Jakob gegeben, Darin eure Väter gewohnt haben. Sie werden darauf bleiben, Sie und ihre Kinder und Kindeskinder für ewig. Und David, mein Knecht, sei ihnen Fürst für immer. Und ich stifte ihnen einen Bund des Friedens, Ein ewiger Bund soll es mit ihnen sein, Den gebe ich ihnen, Und ich mehre sie und setze mein Heiligtum in ihre Mitte für immer. Und es soll meine Wohnstadt bei ihnen sein, Und ich will ihnen Gott, Und sie sollen mir Volk sein, Und erkennen sollen die Völker, Dass ich der ewige Israel heilige, Wenn mein Heiligtum in ihrer Mitte ist für immer. Auch Jeheiskil wiederholt die oben genannten Motive. Der Messias wird ein Nachkommen Davids sein. Alle Juden werden in Israel leben Und die Tora einhalten. Der Tempel wird wieder aufgebaut werden, Die Welt wird voller Gotteserkenntnis sein, Und ewiger Friede wird eintreten. Wir sehen, wie die fünf Themen mit dem Kommen des Messias in Verbindung stehen. Es gibt noch mehr, Noch viel mehr in den genannten Stellen, Wo sich die genannten Themenkomplexe wiederholen. Zusammenfassung Wer ist der Messias? Ein Nachkommen Davids. Er wird als König herrschen in Jerusalem. Er wird den Tempel wieder aufbauen, Die im Exil lebenden Juden versammeln, Die Tora lehren. Die Welt wird voller Gotteserkenntnis sein, Und es wird ewiger Friede herrschen. Das ist der Messias. Interessant ist, Dass die Bibel uns nicht gesagt hat, Wer der Messias sei. Es gibt niemanden in der Bibel, Der genannt wird, Der Messias. Von seinen Taten Und den veränderten Umständen, Die seine Ankunft bewirken, Werden wir ihn als den Messias erkennen. Übrigens gibt es in der Bibel Auch keinen einzigen Vers, Der besagt, Dass man an den Messias glauben muss. Das ist eine christliche Erfindung. Warum sagt uns die Bibel nicht, Glaube an den Messias? Weil es allen Menschen offenbar werden wird, Dass er der Messias sei. Das ist so, Als ob jemand sagen würde, Ich persönlich glaube, Frau Angela Merkel ist die Bundeskanzlerin. Man würde so eine Person Als leicht verwirrt bezeichnen. Es ist ja evident, Dass sie Bundeskanzlerin ist. Sie hat die Wahlen gewonnen Und leitet die Bundesregierung. Das hat mit dem persönlichen Glauben Nichts zu tun. So ist es auch mit dem Messias. Deshalb sagt uns die Bibel nicht, Glaube an den Messias, Denn das wird keine Angelegenheit Des Glaubens sein, Sondern klar und evident Für alle Menschen begreifbar. Frage Von diesen fünf großen Themen In den Prophezeiungen, Die wir kennengelernt haben, Welche Prophezeiung hat Jesus erfüllt? Antwort Keine Er ist gestorben, Ohne eine einzige Prophezeiung zu erfüllen. Das hat seinen Fans Natürlich nicht gefallen. Und eine Erklärung musste her, Um ihn trotzdem als Messias zu rechtfertigen. Wie haben die Christen das erklärt? Er wird wiederkommen. Ja, ja, er wird wiederkommen. Schon klar. Schon dieser Punkt ist ein Geständnis Für Jesus scheitern. Da er keine einzige Prophezeiung erfüllt hat, Von der die Propheten unaufhörlich In klarer Sprache gesprochen haben, Wird er sie in Zukunft erfüllen. Wann haben die ersten Christen Jesus' Rückkehr erwartet? Noch zu ihrer Lebzeiten. So sagt Jesus zu seinen Glaubensgenossen In Matthäus 16, 28 Amen, ich sage euch, Einige von denen, die hier stehen, Werden den Tod nicht schmecken, Bevor sie den Menschensohn kommen sehen, In seinem Reich. Also, bevor ihr stirbt, werde ich wiederkommen. Ist dies eingetreten? Nein. Schaut, was Paulus an die Thessaloniker schrieb, Als er sah, dass einige der ersten Christen schon gestorben waren Und Jesus noch immer auf sich warten ließ. Wir wollen euch, liebe Brüder und Schwestern, Nicht im Ungewissen lassen über das Schicksal der Verstorbenen. Ihr sollt nicht betrübt sein wie die anderen, Die keine Hoffnung haben. Denn dies sagen wir euch aufgrund eines Wortes des Herrn. Wir, die wir leben, Die wir bis zum Kommen des Herrn am Leben bleiben, Werden den Verstorbenen nichts voraus haben. Mit anderen Worten, Die Christen waren verzweifelt. Hat nicht Jesus gesagt, er werde wiederkommen, Noch zu unseren Lebzeiten? Einige Glaubensgenossen, die Jesus kannten, Sind bereits gestorben. Wo ist Jesus? Und Paulus tröstete sie und sagte, Bald, bald, wartet noch ein wenig, Verliert nicht die Hoffnung. Wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Die Menschen sind gestorben, Jesus ist nicht erschienen. Das Christentum befand sich in einer Krise. Die Christen suchten Antworten Und genau das ist der Zeitpunkt, An dem das Christentum angefangen hat, Sich vom Judentum weit, weit weg zu entfernen. Denn die Theologie, Die Konzepte, die die Christen entwickelt haben, Um ihren gescheiterten Messias zu erklären, Hat nichts mit dem Judentum Und nichts mit der Bibel zu tun. Und diese Konzepte schauen wir uns jetzt an. Schreibt Paulus in Korinther 15,3 Denn ich habe euch vor allen Dingen weitergegeben, Was auch ich empfangen habe, Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden, Gemäß den Schriften. Und in Römer 11,26 Und auf diese Weise wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, Kommen wird aus Zion der Retter, Abwenden wird er von Jakob, Alle Gottlosigkeit. Was ist die Aufgabe des Messias nach Paulus? Gottlosigkeit von den Juden abzuwenden, Die Sünden von Israel zu entfernen. Das ist nach Paulus die Aufgabe des Messias. Das heißt, Paulus geht davon aus, Dass die Juden selbst es nicht zustande bringen, Ihre Sünden zu bewältigen. Deshalb muss der Messias kommen Und es für sie tun. Schauen wir noch, Was Paulus in den Galaterbrief 2,21 schreibt. Ich will die Gnade Gottes nicht außer Kraft setzen. Denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, Dann ist Christus umsonst gestorben. Was sagt Paulus hier? Wenn die Juden die Tora einhalten können, Dann wäre der Tod von Jesus unnötig. Das heißt, Juden können die Tora nicht einhalten. Worauf will Paulus hinaus? In der Tora gibt es die Mitzvah, Seine Sünden zu bereuen und Schuwa zu machen. Sagt Paulus, Juden können Schuwa nicht machen, Juden können ihre Sünden nicht bereuen, Juden können die Tora nicht einhalten. Beweis, Denn der Messias ist gestorben. Er wäre nicht gestorben, Wenn Reue möglich wäre. Deshalb hat Gott seinen Sohn gesendet Und ihn getötet. Und wenn Juden an ihn glauben, Werden ihre Sünden vergeben werden. Das ist das christliche Konzept des Messias. Hier sehen wir, wie die frühen Christen den gescheiterten Messias sich erklärt haben. Der Messias musste sterben. Das war der Plan des Ewigen. Er ist als ein Opfer gestorben für unsere Sünden. Das ist eine völlig neue Konstruktion, um Jesus Tod zu erklären. Die biblische Vorstellung vom Messias wurde verändert. Wie wir gesehen haben, besteht die biblische Messias Erwartung in der Veränderung der Realität. Ende aller Kriege, Aufbau des Tempels, Rückkehr der Verstreuten, alle diese Ereignisse finden in der physischen Realität statt. Das alles rückte für die Christen in den Hintergrund. Stattdessen trat das Konzept des Todes für die Sünden in den Mittelpunkt. Da dieses Konzept physisch nicht greifbar ist, das heißt, man kann es weder beweisen noch verlegen, haben die Christen eine Erklärung für den Tod ihres Messias gefunden. Ich kann mir vorstellen, dass die Juden damals darauf mit den Worten reagiert haben, schwache Meiße oder Weiberterutz oder so. Wie auch immer, die Christen haben sich mit dieser fadenscheinigen Erklärung für den Tod des Messias abgefunden. Doch damit standen sie vor einem anderen Problem. Bestimmt fiel einem klugen Christen auf, dass diese Erklärung zwar einige Probleme löst, aber ist das auch nach Gottes Plan oder ist es eine Erfindung? Wo findet sich so ein Konzept? Ist das eine Prophezeiung in der Bibel? Das heißt, der Tod des Messias für die Sünden der Menschen musste eine Bestätigung in der Bibel finden, denn alles hing davon ab. Findet sich kein einziger Vers, der davon spricht, dann ist diese Erklärung für den Tod des Messias falsch und damit wäre das Christentum wieder in die Krise und Ohnmacht verfallen und musste Jesus als gescheitertem Messias erklären, was das Ende des Christentums bedeutet hätte. Einige ahnen bereits, welche Bibelstelle die Christen gefunden haben. Genau, Jesaja 53. Dank Jesaja 53 konnten die Christen sich den Tod des Messias erklären und überleben. Bevor wir uns den Text von Jesaja 53 widmen, schauen wir uns an, was der Ewige in seiner Tora uns sagt über die Vergebung der Sünden. Es steht in Dvarim 30, 11 bis 14. Denn dieses Gebot Hamitz war, dass ich heut tags dir gebiete, nicht entrückt ist es dir, nicht fern ist's, nicht im Himmel ist es, dass du sprechst, wer steigt für uns zum Himmel und holt es uns und gibt es uns zu hören, dass wir es tun. Nicht über Meer ist es, dass du sprechst, wer fährt uns übers Meer hinüber und holt es uns und gibt es uns zu hören, dass wir es tun. Nein, sehr nah ist es, das Wort in deinem Mund und in deinem Herzen es zu tun. Was lernen wir aus dieser Stelle? Die göttliche Tora, die 613 Mitzvot, die der Ewige uns befohlen hat, für immer und ewig einzuhalten, all das ist nicht im Himmel, es ist nicht im fremden Land, es ist hier bei dir, geh und lerne, nimm es dir zu Herzen und handle danach, du schaffst es. Das verlangt der Gott Israels von den Juden. Paulus dagegen sagt, nein, ihr könnt die Tora nicht einhalten und damit gibt es auch keine Sündenvergebung. Interessant ist, dass Paulus diese Verse in Dvarim in Römer 10,8 zitiert, jedoch ohne das Ende, ohne das La Soto, es zu tun, also die Tora einzuhalten. Schauen wir weiter in Mishle 24,16. Denn fällt der Gerechte siebenmal, er steht auf, aber die Fräfler straucheln ins Bösgeschick. Wer ist ein Sadiq? Ein Bewährter, ein Gerechter. Er ist nicht automatisch sündenlos, alle Menschen sündigen. Was macht den Gerechten aus? Er begeht Fehler, doch er will sich verbessern, er will seine Fehler korrigieren und Gott gewährt ihm Hilfe. Jeder Mensch kann ein Gerechter werden. Schauen wir uns noch einmal, was Paulus in Römer 11,26 sagt. Und auf diese Weise wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, kommen wird aus Zion der Erlöser, abwenden wird er von Jakob alle Gottlosigkeit. Nach Paulus soll der Messias kommen, um die Sünden von Israel zu entfernen. Wisst ihr, woher er das Zitat hat? Er hat es aus Jesaja. Aber wisst ihr, was Jesaja wirklich sagt? Jesaja 59,20 Und der Erlöser wird für Zion kommen und zu denen, die sich abwenden von den Sünden in Jakob, spruch des Ewigen. Jesaja sagt nicht, der Messias werde die Sünden von Israel entfernen. Jesaja sagt, der Messias wird zu den Menschen kommen, die von selbst sich von den Sünden abwenden. Von hier sehen wir, dass wir von den Sünden ablassen können. Aber Paulus will das nicht. Er will nicht, dass die Juden von selbst sich von den Sünden abwenden. Deshalb verändert er die Worte von Jesaja, damit Jesaja in seine Ideologie passt. Paulus sagt, der Messias wird es machen. Und Jesaja sagt, nein, die Juden werden es machen. Gewaltig. Was sagt eigentlich die Tora darüber, wie wir die Vergebung unserer Sünden erreichen? In den folgenden Passagen spricht der König Schlomo nach der Errichtung des ersten Tempels über die Möglichkeit, dass der Tempel in Zukunft nicht zugänglich sein wird für die Juden. Vielleicht wird Israel erobert werden. Wie sollen dann die Juden die Vergebung der Sünden erreichen? Erster Könige, 8,46-53 Wenn sie an dir sündigten, denn kein Mensch ist, der nicht sündigte, du zürntest ihnen, du gabst sie hin vor einen Feind, gefangen trieben ihre Fänger sie ins Land des Feindes, fern oder nah, sie aber fangen an, es in ihr Herz einkehren zu lassen. In dem Land, wo sie gefangen sind, kehren um, flehen zu dir in ihrer Fängerland, sprechend. Wir haben gesündigt und haben uns verfehlt, wir haben's verschuldet, kehren anhaltend um zu dir mit all ihrem Herzen, mit all ihrer Seele im Land ihrer Feinde, die sie gefangen halten und beten zu dir den Weg hin nach ihrem Land, das du ihren Vätern gabst, nach der Stadt, die du wähltest, nach dem Haus, das ich deinem Namen baute. So hör's, himmelwärts, hin an die Feste deines Sitzes, ihr Beten, ihr Flehen, so tue ihr Recht dar, so verzeihe deinem Volk, was sie an dir gesündigt haben, all ihre Abtrüngigkeiten, damit sie dir abtrünglich wurden, so gib um sie Erbarmen ihren Fängern ein, dass die sich ihrer erbarmen, denn dein Volk, dein Eigentum sind sie, die du führtest aus Ägypten, mitten aus dem Eisenschmelzofen, das geöffnet sein, deine Augen, hin zum Flehen deines Knechts, hin zum Flehen deines Volkes, Israel, dass du ihnen zuhörst, allwann sie zu dir rufen. Denn du selbst hast sie dir zum Eigentum aus allen Völkern des Erdlands ersondert, wie du durch Moschee, deinen Diener, Knecht, geredet hast, als du unsere Väter aus Ägypten führtest, mein Herr, du. Das ist eine der schönsten Passagen im Buch der Könige. Juden sündigen, der Ewige zürnt ihnen und vertreibt sie aus ihrem Land. Die Juden sitzen in fremden Ländern und was machen sie? Sie kehren um, sie machen Tshuva, Veshavu, sie beten und in ihren Gebeten sagen sie zum ewigen Herr der Welt, bitte verzeihe uns unsere Sünden, wir haben gefehlt, wir haben uns an deine Torah nicht gehalten und jetzt haben wir alles verloren. Bitte verzeihe uns, wir flehen dich an, wir bereuen von ganzem Herzen, bitte erbarme dich über dein Volk. Diese Worte sprach der weise König Schlomo. Sagte er etwa, bitte sende uns den Messias, damit er für unsere Sünden stirbt, denn sonst gibt es keine Hilfe und kein Erbarmen? Nein, er sprach, Sie kehren ihre Herzen zu dir, zu dir Schöpfer des Weltalls und nicht zu irgendeinem Mann, der vor 2000 Jahren gescheitert ist und getötet wurde. Was gibt es Unsinniges als das? Nicht durch den Tod vergibt der Ewige die Sünden, sondern durch reuevolles Bereuen, durch Gebet und durch Zerknirschung des Herzens. Wer das nicht versteht, muss herzlos sein. Schauen wir weiter im zweiten Buch der Chroniken. 7, 14 Und mein Volk, sie, über denen mein Name ausgerufen ist, beugen sich nieder, beten, suchen mein Antlitz, kehren um von ihren bösen Wegen. Selber höre vom Himmel her ich, so verzeihe ich ihre Versündigung, so heile ich ihr Land. Die Umkehr vom Bösen, die Rückkehr zur Tora, Rückkehr zur Gerechtigkeit, Gebet führen zur Verzeihung, nicht der Glaube an den Messias, nicht wie das Christentum sich ausgedacht hat, der Tod eines Menschen. Die Bibel wiederholt diese Nachricht an so vielen Stellen immer und immer wieder und ich bin noch lange nicht fertig, sie anzuführen. Das ganze 18. Kapitel von Jecheskiel handelt um die Vergebung der Sünden und die Umkehr zu Gott. Ich zitiere nur drei Verse. Hört euch diese wunderschönen Worte an. Jecheskiel 18, 21-23 Der Frevler aber, wenn er umkehrt von all seinen Sünden, die er getan hat, hütet all meine Satzungen, tut Recht und Wahrhaftigkeit, Leben soll er leben, er muss nicht sterben. All seine Abtrünnigkeiten, die er getan hat, werden ihm nicht zugedacht. Durch seine Wahrhaftigkeit, die er getan, wird er leben. Habe ich denn gefallen, gefallen am Sterben eines Frevlers und nicht daran, dass er von seinem Weg umkehre und lebe? Der Sünder kann von seinen Sünden umkehren und Gott wird ihm verzeihen. Der Prophet spricht diese Worte im Namen Gottes in die Herzen Israels. Verändert euch, haltet meine Tora und ihr werdet leben. Nach dem Christentum hätte Jecheskiel sagen müssen, ihr wollt, dass ich eure Sünden vergebe? Vergisst es, ihr schafft es nicht. Nur der Tod des Messias kann für euch sühnen. Aber wir sehen, dass Gott anderer Meinung ist als die Christen. Die nächste Passage spricht die Frage an, wie wir uns verhalten sollen, wenn wir gesündigt haben. Sagt Jecheskiel 33, 10-16 Du also, Menschensohn, sprich zum Haus Israel. So habt ihr gesprochen den Spruch. Ja, unsere Abtrünglichkeiten, unsere Sünden sind über uns. Durch sie vermodern wir. Wie noch dürfen wir leben? Sprich zu ihnen. So wahr, ich lebe, erlauten ist's von meinem Herrn ihm. Habe ich denn gefallen am Sterben des Fräflers? Sondern, dass ein Fräfler umkehre von seinem Wege und lebe. Kehret um, kehret um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, Haus Israel? Und wann, ich zum Fräfler spreche, sterben musst du sterben. Er aber kehrt um von seiner Sünde, tut Recht und Wahrhaftigkeit, lässt der Fräfler rückkehren das Pfand, erstattet er das Geraubte, geht er in den Satzungen des Lebens, ungetan zu lassen, das falsch. Leben soll er leben. Er muss nicht sterben. Der Ewige will, dass wir uns von unseren bösen Wegen abwenden und zu ihm zurückkehren. Wir selbst haben es in der Hand. Wir selbst können unseren Tod verhindern, wenn wir Recht üben und die Gesetze der Tora befolgen. Sogar der schlimmste Sünder kann zum Gerechten werden. Wollt ihr mehr? Ich habe mehr. Jirmejahu 36,3 Vielleicht hören die vom Hause Jehuda all das Böse, das ich ihnen anzutun plane, auf das sie umkehren, jedermann von seinem bösen Weg, dass ich ihnen verzeihen kann ihren Fehl, ihre Versündigung. Wir sehen, der Ewige lehrt uns immer wieder die gleiche Nachricht. Kehrt um zu mir. Ihr schafft es. Ich verzeihe euch eure Sünden. Jeschajahu 55,6-7 Suchet ihn, da er sich finden lässt. Rufet ihn an, da er nahe ist. Der Frevler verlasse seinen Weg, der Mann des Arks seine Planungen. Er kehre um zu ihm, und er wird sich sein Erbarmen. Zu unserem Gott, denn groß ist er im Verzeihen. Eine kristallklare Lehre aus dem Munde des Ewigen. Wir können Christen nur daran glauben, dass Gott ihnen die Sünden nicht vergibt, ohne den Tod des Messias. Das ist absurd. Daniel spricht zum babylonischen König Nebukadnezar, einem Nichtjuden, und sagt, Darum, König, möge dir mein Rat gefallen. Tilge deine Sünden durch Gerechtigkeit und deine Verschuldungen durch Barmherzigkeit gegen die Elenden, wenn dein Glück von Dauer sein soll. Im Buch Jona lesen wir, wie Jona nach Nineveh kommt, und er spricht zu den Einwohnern, Gott hat sich über euch erzürnt. In 30 Tagen wird er euch vernichten. Was haben die Einwohner von Nineveh getan, die übrigens auch alles Nichtjuden waren? Jona 3, 6-10 Und das Wort gelangte zum König von Nineveh, und er erhob sich von seinem Thron und legte seinen Mantel ab. Dann hüllte er sich in ein Trauergewand und setzte sich in den Staub, und er ließ in Nineveh ausrufen und sprach, auf Befehl des Königs und seiner Großen, Mensch und Tier, Rind und Schaf, sollen nichts zu sich nehmen, nicht weiden und kein Wasser trinken, und sie sollen sich in Trauergewänder hüllen, Mensch und Tier, und mit Inbrunst zu Gott rufen, und sie sollen sich abkehren an jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalt an ihren Händen. Wer weiß, der Gott könnte umkehren, es könnte ihm leid tun, und er könnte sich abkehren von seinem glühenden Zorn. Dann gehen wir nicht zugrunde. Und Gott sah, was sie taten, dass sie zurückgekehrt waren von ihrem bösen Weg. Und Gott tat das Unheileid, das er über sie zu bringen angekündigt hatte, und er führte es nicht aus. Beeindruckend! Die Einwohner von Nineveh, nicht Juden, sollten sterben. Doch sie haben sich von ihren Sünden abgekehrt, sind zu Gott zurückgekehrt, und Gott ließ, und Gott hat ihnen vergeben. Es gibt noch mehr, noch viel, viel mehr Verse, die die gleiche Botschaft haben. Doch wir verlassen jetzt das Thema der Sündenvergebung und wenden uns dem Thema zu, wie Sünden nicht vergeben werden. Das Christentum behauptet, Sünden können nur durch Opfer vergeben werden. Wie Paulus schreibt in Hebräer 9,22, Durch Blut wird nach dem Gesetz beinahe alles gereinigt, und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung? Die Christen sind besessen von Opfer und Blut. Jedoch, in unseren heiligen Schriften führt das Opfer allein nie zu Vergebung. Mischley, 15,8 Der Frevler, Schlachtopfer, ist ihm ein Gräuel, der geraden Gebet ist ihm ein Wohlgefallen. Das Wesen der Opfer ist nicht das Opfer selbst, sondern die innere Zerknirschung, das Bereuen seiner Sünden, das Gebet. Der Frevler denkt aber, ich werde ein Opfer bringen, ohne meinen bösen Weg zu verlassen, ohne mich zu verändern. Deswegen ist sein Opfer ein Gräuel vor dem Ewigen. Man kann das auch durch ein Beispiel verdeutlichen. Der Ehemann benimmt sich rücksichtslos seiner Frau gegenüber. Viele Nächte bleibt er lange weg. Er geht mit seinen Freunden feiern und kommt erst sehr, sehr spät nach Hause. Seine Frau macht sich Sorgen, sagt ihm, bitte, wenn du so spät nach Hause kommst, sag mir vorher Bescheid, damit ich mir keine Sorgen mache. Der Mann beachtet die Bitte seiner Frau nicht, bis sie in Zorn gerät und ihm sagt, du brauchst das nächste Mal überhaupt nicht nach Hause zu kommen. Jetzt sieht der Mann ein, dass er im Unrecht ist und er will sich ändern. Er verspricht ihr, das nächste Mal sie anzurufen. Doch wieder verbringt der Mann die ganze Nacht mit seinen Freunden. Er schaut auf die Uhr und sieht, dass es schon fast morgens ist. Er kann seine Frau nicht mehr anrufen, doch er kommt auf eine gute Idee. Auf dem Weg nach Hause geht er zum Spätkauf und kauft ihr Pralinen. Morgens kommt er nach Hause und sagt zu seiner Frau mit einem Lächeln im Gesicht, hier mein Schatz, ich weiß, wie gerne du Pralinen magst. Was sagt die Frau? Sagt sie, okay, ich vergebe dir. Nein, sie sagt, was für eine Unverschämtheit. Denkst du etwa, dass ich dir verzeihe wegen, weil du mir Pralinen gebracht hast? Der Mann muss seiner Frau zeigen, wie leid es ihm tut und ihr sagen, wie schlecht er sich fühlt, dass er sich ihr gegenüber so respektlos verhalten hat. Er muss seine Schuldgefühle aussprechen und gestehen, wie schrecklich er sich verhalten hat. Er muss sie um Verzeihung bitten und ihr versprechen, nie wieder sich so zu verhalten. Dann wird sie ihm verzeihen, auch ohne Pralinen. Das gleiche sagt der Ewige zu uns. Ihr denkt, er könnte sündigen, ein Opfer bringen und dann ist alles gut? Nein, das Opfer eines Freflers ist ein Gräuel, wie der Mann mit den Pralinen und dem Lächeln im Gesicht. Das ist widerlich. Jeschajahu 1, 11 und 16 Wozu mir euer Schlachtungen Menge, hat er gesprochen. Satt bin ich, der Opfer von Widdern, des Mastkälberfetts, Blut von Farren, Lämmern, Böcken, danach gelüstet es mich nicht. Wascht euch, reinigt euch, schafft mir eure bösen Taten aus den Augen, hört auf, Böses zu tun. Der Ewige verlangt von uns, dass wir uns ändern, nicht, dass wir einfach ihm ein Opfer bringen. Wir müssen unsere schlechten Taten bereuen und das mit Opfer zum Ausdruck bringen, aber ohne Reue ist das Opfer ein Gräuel. Amos 5, 22 bis 24 Es sei denn, ihr brächtet mir Brandopfer da und eure Speiseopfer, sie gefallen mir nicht und das Heilsopfer von eurem Mastvieh. Ich sehe nicht hin, weg von mir mit dem Lärm deiner Lieder und das Spiel deiner Harfen, ich höre es mir nicht an. Möge das Recht heranrollen wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein Fluss, der nicht versiegt. Micha 6, 6 bis 8 Mit welcher Gabe soll ich von dem Ewigen treten, mich beugen vor dem Gott der Höhe? Soll ich mit Brandopfern vor ihn treten, mit einjährigen Kälbern, gefallen dem ewigen Tausende von Widdern ungezählte Bäche von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen hinbringen für mein Vergehen, die Frucht meines Leibes als Sündopfer für mein Leben? Er hat dir kundgetan, Mensch, was gut ist und was der Ewige von dir fordert, nichts anderes als Recht zu üben und Güte zu lieben und in Einsicht mit deinem Gott zu gehen. Psalm 51, 15 bis 17 Die Abtrünnigen will ich deine Wege lehren und die Sünder kehren um zu dir. Rette mich vor Blutschuld, Gott! Du Gott, meine Rettung! So wird meine Zunge jubeln über deine Gerechtigkeit. Herr, tue meine Lippen auf und mein Mund wird deinen Ruhm verkünden. Jirmejahu 7, 3 bis 7 So spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels. Macht eure Wege besser und eure Taten. Dann will ich euch wohnen lassen an dieser Stätte. Verlasst euch nicht auf die verlogene Worte wie diese. Der Tempel des Ewigen, der Tempel des Ewigen, das ist der Tempel des Ewigen. Macht vielmehr eure Wege besser und eure Taten, wenn ihr wirklich Recht schafft untereinander und den Fremden die Weise und die Witwe nicht unterdrückt und kein unschuldiges Blut an dieser Stätte vergießt und nicht anderen Göttern nachlauft zu eurem eigenen Unheil. Erstes Buch Schmuel 15, 22 Samuel aber sagte, hat der Ewige gefallen an Brandopfern und Schlachtopfern, wie er gefallen hat, wenn man hört auf die Stimme des Ewigen? Sie, gehorsam ist besser als Schlachtopfer, besser als Fett von Widdern ist es, achtsam zu sein. Hosher 6, 6 Denn an Treue habe ich gefallen und nicht an Schlachtopfern und an Gottes Erkenntnis mehr als an Brandopfern. Mischle 21, 3 Gerechtigkeit und Recht zu üben gefällt dem Ewigen besser als Opfer. Die Nachricht des Ewigen ist glasklar. Opfer für Sünden nutzen nur dann, wenn der Mensch sich wirklich ändert und bereut. Die Opfer stehen zweitrangig zur Veränderung. Natürlich sind die Opfer wichtig, aber wichtiger ist die Folge, die Konsequenz. Nun haben wir keinen Tempel mehr und mit Gottes Hilfe, wenn der Messias bald kommt, wird er ihn erbauen und wir werden wieder Opfer bringen. Ich habe viele Beispiele gebracht, warum Jesus nicht der Messias nach der Bibel ist. Ich habe gezeigt, dass die christliche Ideologie schnurstracks gegen die Heilige Schrift ist. Im nächsten Video werden wir uns anschauen, ob Jesus wirklich die Prophezeiung von Jesaja 53 erfüllt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank.